Aktuell führt Aserbaidschan einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Armenien. Hierzu gab es heute im EU-Parlament eine heftige Ansage vom EU-Abgeordneten Martin Sonneborn gegen Ursula von der Leyen. Martin Sonneborn, für eine Minute das Wort. Sehr geehrte Frau von der Leyen, mit Karl Kraus zu sprechen, mir fällt zum Zustand der EU nichts ein. Um uns von einem Gaslieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Putin, haben Sie uns einen gesucht, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Aliyev. Auch wenn viele deutsche Medien schweigen, derzeit überfällt die Öldiktatur, die zum vertrauenswürdigen Partner erklärt wurde von Ihnen, das demokratische Armenien. Respekt für diese Wahl, immerhin liegt unser neuer bester Kumpel Aserbaidschan in Sachen Demokratie, Presse und bürgerliche Freiheiten noch weit hinter Russland. Nur bei der Bestechung korrupter CDU-Hongs ist Aliyev ganz vorn. Als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind. An den Außengrenzen sterben täglich Flüchtlinge, Fracking-Gas und Atomkraft sind auf einmal nachhaltig. Und Sie löschen routiniert Ihre SMS zu den Milliardenzahlungen an Pfizer. Mir fällt zur EU nichts mehr ein, außer wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Man kann über Sanktionen ja denken, wie man will, auch gegen Russland. Aber wenn Sanktionen, dann auch gegen alle völkerrechtswidrigen Angriffe. Nicht mit zweierlei Maßmessen, sondern gleiches Recht für alle. Nicht mit zweier Maßmessen. Nicht mit zweier Maßmessen.